Das nächste Bundesland plant AKWs. Ihr habt richtig gehört, die Atomkraft soll voraussichtlich zurück in Hessen. Wir gucken uns die Situation, wo die Grünen jetzt gerade aus dem Landtag, quasi aus der Regierung rausgeflogen sind, genau an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du noch bist, jetzt ein Abo dalassen. Und wir sehen das hier, die BILD berichtet über die Situation, was nämlich jetzt im Koalitionsvertrag von der SPD und der CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU festgehalten wurde. Und es ist doch ganz interessant, circa zehn Jahre lang waren die Grünen an der Macht, mit an der Macht in Hessen. Und energietechnisch sieht es da schlecht aus. Jetzt, seit gerade mal zwei Monaten ungefähr, sind sie dort raus, die neue Koalition steht und auf einmal sind alle dafür, um Atomkraft zu machen. Also liegt es wohl doch offensichtlich daran, dass wir eine Partei in Deutschland haben, die keine Energiesicherheit haben möchte. Denn, wir sehen das hier, Millionen fließen in die Forschung von Kernfusion. Nächstes Bundesland will zurück zur Atomkraft, wie es hier heißt. Und das ist wirklich ganz interessant, dass sich die CDU und SPD jetzt hier in Hessen ganz klar einig sind. Deshalb haben die beiden Parteien die Kernfusion im neuen Koalitionsvertrag fest verankert, nachdem die CDU die Grünen nach zehn Jahren aus der Koalition geworfen hat. Und Herr Rhein sagt zur Bild, Zitat, es wird Zeit, dass wir wieder in Zukunftsprojekte einsteigen, anstatt überall nur auszusteigen. Deutschland ist nämlich nach 2011 Fukushima und so weiter aus der Atomenalgie ausgestiegen. Das wissen wir ja noch, obwohl es ja eigentlich nicht geplant war. Dann ist es doch so umgesetzt worden. Und ja, es geht nicht auf Merkel zurück. Ja, sie hat es wieder reaktiviert, aber vorher auch gecancelt. Vorher ist das Ganze gekommen durch Schröder und die Grünen, was viele einfach nicht richtig auf dem Schirm haben. Aber dann geht das Ganze hier nämlich noch ein bisschen weiter. Die schwarz-rote Hessen-Koalition will sich auf der Bundesebene für die Kernfusion einsetzen. Bei dieser Technik verschmelzen die Atomkerne, um Energie zu erzeugen. Und bei Atomkraft werden sie gespalten. So könnte eine nahezu rückstandslose, saubere Energiequelle entstehen. Ja, und generell muss man ja sowieso sagen, dass Atomkraft eine relativ saubere Energie ist. Denn ich erinnere auch gerne daran, wie die EU, die geliebte EU der Grünen, das Ganze doch festgelegt hat. Sie haben doch hier den grünen Stempel für Atom und Gas gegeben. Aber nein, das interessiert die Grünen nicht. Wenn es aber darum geht, die Bürger zu drangsalieren und maximal uns die hier massive Folgen zu machen, EU-Sanierung und hier Heizungsgesetz, hier neue Maßnahmen, hier Energie, Sparziele etc. pp. Da sind die Grünen immer mit ganz da vorne dabei. Aber wenn es darum geht, etwas Gutes, etwas Sinnvolles für die Bürger zu tun, wo man vielleicht den einen oder anderen Euro sparen könnte, nö, das ist nicht relevant. Nein, absolut nicht. Und wir sehen das ja hier vom 02.02.22, geiles Datum, fast zwei Jahre. EU-Kommission hat Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft. Während manche EU-Länder das begrüßen, kündigen Österreich und Luxemburg Klagen an. Ja, Deutschland natürlich nicht, weil wir eh alles abschalten wollten und im letzten Jahr getan haben. So läuft das im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Und dann geht es hier weiter. Bis dahin ist noch Forschungsarbeit nötig. 30 Unternehmen forschen deshalb weltweit daran. In Hessen forscht Focused Energy mit Sitz im südhessischen Darmstadt, die mit knapp drei Millionen Euro unterstützt wird. Und der hessische Ministerpräsident noch zu wild. Ich will, dass Deutschland bei Energieinnovationen wieder mutig vorangeht und Hessen, Leitstandort für laserbasierte Kernfusionen und damit für eine saubere und bezahlbare Energiequelle der Zukunft dann. Denn bisher wird die Automstromlücke durch das Verheizen von dreckiger Kohle und dem Zukauf von Automstrom aus anderen Ländern überbrückt. Tja Leute, so läuft es hier ab. Und ich mag nochmal daran erinnern, wie eiskalt die Regierungen in Deutschland, also die Landesregierung vorgegangen sind, um zu verhindern, dass die abgeschaltenen AKW wieder hochgefahren werden. Aber dennoch kann man es tun. Aber beispielsweise die Kühltürme unten in Philippsburg wurden gesprengt. Man wollte unbedingt sicher gehen, dass das nicht mehr reparabel ist. Und die Grünen brüsten sich ja hier sogar noch auf der Seite hier Kreisverband Südliche Weinstraße damit. Wir werden euch nicht vermissen. Hier sieht man das Ganze und dann auch noch ein tolles Video hier implementiert, wie die Kühltürme zusammenfallen. Liebe Grüne, wenn wir einen Umschwung in diesem Land erleben sollten, dann werden solche Türme ganz easy wieder aufgebaut. Gar kein Problem. Und auch, wenn es darum geht, dass in Grunde beispielsweise durch die Dekontimination, so ist es richtig, also Säure durch die verschiedenen Rohrleitungen laufen zu lassen, wenn man das als üblichen Prozess darstellt, von mir aus mag das so sein, auch diese Rohre kann man austauschen. Und dann können abgeschaltete AKW wieder hochfahren. Und dann leben wir endlich wieder in einem Land, wo wir eine sichere und zugverlässige und vor allem natürlich auch eine bezahlbare Energie zur Verfügung haben. Das ist es doch, was wir alle in diesem Land möchten und einfach brauchen, meine Freunde. Das kann doch nicht sein, dass wir vor solche Tatsachen hier gestellt werden. Aber interessant dazu, ich weiß nicht, ob es Satire ist von der Dame. Das ist hier per Ex, deswegen gucke ich gerade auf den Bildschirm da drüben. Hier sehen wir das. Mal wieder Wahlkampf in Berlin. Es wird wirklich mit diesem Plakat von der Dame hier geworben. Sichere Energie, sicher Jobs. Das ist kein Plakat der AfD, das ist ein Plakat der Grünen. Da fragt man sich, wollen die einen wirklich komplett über den Tisch ziehen? Meinen die das ernst? Glauben die wirklich nach den zwei Jahren Ampel, würde das keiner realisieren, wie die uns hier behandelt haben, was hier eigentlich abläuft, was die zu verursacht haben und was die zu verantworten haben, so ist es richtig? Also das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also da muss man mir vielleicht mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und wir haben ein massives Stromproblem in Deutschland. Wir gucken uns das bei Smart, offizielle Seite der Bundesnetzagentur an, hier im Zeitraum, 24. November bis 4. Dezember. Und wir hatten ziemlich viel Wind, das kann man hier beispielsweise noch sehen. Und ich gehe jetzt nicht hin und nehme jetzt hier irgendwie einen anderen Kartenausschnitt oder einen grafischen Ausschnitt oder sonst was, sondern mal einen realistischen, wo wir wirklich Glück hatten und hatten viel Wind. Ja, das reicht. Das reicht. Mit allen Energien zusammen, okay. Aber das reicht dann beispielsweise hier nicht, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und wenn wir dann hingehen und das machen, was die Grünen ja unbedingt möchten, die Braunkohle und auch die Steinkohle abzuschalten, dann ist es selbst, wenn so viel Wind und die Sonne scheint, nicht möglich unseren Energiebedarf zu decken, wie man hier ganz klar eindeutig sehen kann. Und da frage ich allen Ernstes, wie wollt ihr das denn bewerkstelligen, liebe Grüne? Das ist doch absoluter Humbuck. Und wir können ja auch gerne hier bis zum Bereich über Weihnachten gehen. Und dann sieht man, ja, so ein paar Tage hat das ganz gut funktioniert. Das ist okay. Ja, das war zum Beispiel im Bereich vom 23. Dezember bis 21. Aber schon davor haben wir eine Lücke drin. Hier haben wir Lücken, 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 Lücken und hier ganz immense Lücken. Und ja, über Weihnachten war ziemlich viel Wind und alles. Wie oft haben wir das denn? Wie sollen wir uns denn auf diesen Flatterstrom damit irgendwie absichern? Das ist ja nicht möglich. Wo soll denn jetzt die Energie gespeichert werden, die dann von mir aus hier nur im Peak ein bisschen produziert wird drüber, wie jetzt hier zum Beispiel? Das ist ja schwachsinnig, Leute. Das wird ja nicht funktionieren. Denn diese Schweicher existieren ja noch nicht. Also von daher ist das alles wirklich zum kompletten Scheitern verurteilt. Aber schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Oder ist das nur ein kleines Schauspiel, was gerade in Hessen passiert, bezüglich dieser Förderung für die Energiewirtschaft? Moinzen. Jetzt abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.